So, ich muss die Anrede einmal kurz so machen, da Omzi, also Shadowplay, die ersten zwei Minuten nicht aufgenommen hat, also heiße ich euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Omzi2 mit mir, den Silvetal Let's Player. Wir fahren heute die Linie 660 mit 1446 in einer anderen Version diesmal, in einer neueren. Ja, dann seht ihr ab jetzt das ganze Video. Ich wünsche euch viel Spaß. So, da war die Aufnahme einmal kurz weg. Ich hoffe, er hat das jetzt auch aufgenommen hier. Ja, dann haben wir Abfahrt. Dann haben wir noch links. Na, schalten. Ja, ich liebe diesen Bus einfach, also 1446 von der KVW. ist einfach ein geiler Bus, muss ich sagen. Zwar Voidgetriebe, aber geiles Void. Ist nicht so ein, ja, wie soll man sagen, ne? Ist nicht das Void, was man kennt. Na ja, doch, aber, ne? Halt anders. Jo, was gibt's sonst noch erzählen? Ich hoffe, euch geht's gut, ne? Äh, hattet ein schönes Wochenende. Ich liebe einfach diese Karte. Es hängt sich beim... Es hängt sich immer auf. Ihr habt ja schon in der letzten Folge gesehen beim Volvo, als wir mit denen gefahren sind. Wir sind nicht mal 10 Meter weiter und es hängt sich einfach auf. Das ist die Karte des Jahrtausends bei mir. Mann, Mann, Mann. Hier hätten wir auch einen Überlandbus nehmen können. Aber gut. Ich bin trotz Verspätung, also. Ich bin trotz Verspätung, also. Omsi. Diese Karte. Alles passt hier nicht zusammen, ne? Mann, ey. Gebäude. Beie. Guten Tag. Ja, wo sind wir eben stehen geblieben? Ja, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr gemacht habt am Wochenende. Würde mich mal interessieren. Also nicht, dass ich euch jetzt doke oder so. Wie komme ich mir da drauf? Oh nein, hier waren wir doch letztes. Ach nee. Ich dachte jetzt schon wieder so. Müssen wir hier direkt halten? Ja. So, kommt an. Hallo. Hallo. Könnt ihr euch mal die Heizung anmachen? Ja, ne? Wir haben 15 Grad. Ich kann es euch ja mal kalt machen. Ja, nee. Ja, das Wetter. 5 oder 6 Grad Minus. So, keine Lust. Keine Lust, ey. Fährt man denn hier raus? Fährt man hier raus, ne? Ja. Busch. Busch, Busch. Scheiße. Das ist aber cool gemacht hier. Man muss hier hoch. Und dann geht es da hinten wieder runter. Und um sie hängt sich nicht auf. Glück gehabt. Sag ja, Omsi will schlafen, ey. Aber zu viel Schlaf ist nicht so gesund, ne? Naja, doch. Aber wäre nicht so schön. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Hier kommt keiner hier auch nicht. Pass hat da nirgendwo Ist hier nur 30? Hab ich gar nicht gesehen Ich hab sowieso Vorfahrt 660, das passt 1C2 Fertigend die Nimon Ach, dann sag doch nicht hallo Warum sag ich denn hallo? Die Beinen knackärsche Nächste halbete Stelle Zuweide Ja, wenn man Licht anmacht bei den Wagen Hab ich es noch nicht geändert Naja, das sieht dann so aus Da muss ich mir noch was einfallen lassen Ne etwas dunklere Textur würde ich sagen So, wo hab ich denn? Schon wieder so ne Holker-Polker-Straße Mann 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 Eben nicht grün, oder? Ne Polker-Polker-Straße, doch Polker-Tiro Hallo Hallo No moment Das passt hier sogar richtig in ne Kurve Tja, jetzt mal Ich ziehe auch noch durch Ich ziehe auch noch durch Ich ziehe auch noch durch Das ist so ruhig, ja wir haben es 23.21 Uhr, wo ich es aufnehme, ne? Schon ein bisschen müde, aber kriegen wir hin, ne? Schluck trinken, dann geht auch besser. Das sieht hier alles so eng aus, ne? Wir hängen hier auch auf halb 3. Das sieht schon geil aus der Warne. Habe ich gerade Wald weiter geschalten? Weiß ich gar nicht, was haben wir hier? Hallo, einmal normal, bitte. Ölfeld. Geht das nicht? So, einmal normal, Höhenfeld. Da habe ich. Höhenfeld Hauptstraße und eine Minute für Frühling, wow. Und was sagt ihr denn so? Ne, aber das ist nicht gut. Aber das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Oh, na, what? Jetzt kommen da noch welche. Sorry. Ein normal Fahrschein, bitte. Och, Mädchen. Einmal normal. Jetzt gibt der hier schon das Rückgeld raus. Das kostet er 23, kriegst du 70 Cent. Ich habe zu wenig Rückgeld erhalten. 70 Cent, ja Mädchen. Danke. So. 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 Wie soll ich da rum? Ach ne, ich zieg nur so rum. Ich hab kein Eingeling Bus. Macht ihr mit mir hier? Jetzt haben wir hier noch die Feuerwehr hinter uns oder was? Oh Gott, hier hätte ich einen Solo-Bus nehmen sollen. Das klappt aber schon. Das klappt alles. Ja, guck mal, easy. Oh, da wird's ein bisschen schwer. Ja, ich fühle mich nicht... Oh, kappt durch mich erschrocken. Ja, kann ich jetzt auch nicht ändern. Oder da, genau. Ich hoffe, der... Ach ne, wir sind zu lang, da fährt er ja nicht weg. Kann er ja nicht. Wie kommt der hier irgendwie durch? Oh, das klappt. Ey, du bist zu laut hier. Boah, Alter. Komm schon rein. Oh, wie ist es zu? Hallo. So, ich muss weiter. Alter, gleich dir die... Nächste. Soll ich gerade nicht weiter gestalten? Ja, ist gut, ist gut. Das regt mich auf hier. Jetzt haben wir die die ganze Zeit hinter uns oder was? So, bloß ab. Gefällt uns denn da ja die Ärger uns. Lass es jetzt vorbei. Mann, Mann, Mann. Das ist mit der Feuerwehr hier unten ein bisschen... Oder Rettungs... Rettungssanitäter... Sagt man immer wie Rettungswagen. Ein bisschen Cheater. Ja, ich fahr wenigstens auf die Strasse. Hm, der kann warten. Und... Alter, er fährt einfach. Habt ihr gesehen? Da sind die Taxifahrer von heute. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Einmal Tageskarte. Einmal Tageskarte. Was? 46... 60... 40 Cent wieder, bitte. Hier auch? Nein. Hier ist nur 30, ne? Ja, das ist ja langweilig. Komm, ich lass dich vor. Ja, komm. Meine Jüde. Ist man so nett und lässt sie vor, haben sie Schiss in der Buchse. Ups. Hallo. Einmal normal. Einmal normal. Einmal normal. Warum zahlst du mit den 20er? 70. Sind wir bei... 3 Uru. Wie viel sind das? 8. Muss das wieder sein? Muss das wieder müssen? Muss das wieder müssen? Lass mich noch auf so eine Buchse ziehen. Nächste Haltestelle, Niederfeldescher Berg. Jetzt geht's hier aber ruhig. Mann, Mann, Mann. Ich spürte dir bei mir. 9. 1. 1. Sitzel. Guten Tag Jetzt gehts hier wieder runter oder was? Hamburger Straße Blot 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 das ist eine geile kurve kommen wir nicht so runter warum nicht die spur von was keine ahnung eine busspur sind wir auch vielleicht da schätze ich mal wir kommen und das ist gleich gut das ist ja mal was hamburgersstraße hallo 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 ist das 50 gewesen Danke. Bitte. Hallo. Hallo. Nee. Fand ich den leider auch nicht herritten. Gut, dann fahren wir weiter. Hallo. Hallo. Einen normalen Tag. Einen normalen Tag. Einer normalen Tag. Da kommt sie wieder mit 30. Er war klar. Aber dann ist es nicht die Zeit. Ich war nicht die Zeit. Einer normalen Tag. Ich glaube, Sie haben mir zu viel Geld. Haben Sie denn noch Scheine dafür? Hallo. Einen Fahrschein bitte. Einen Fahrschein bitte. Wie viel? Sie haben mir zu viel Rückgeld draufgegeben. Ich verzeihe zu viel. Das ist zu wenig Rückgeld. Das sind 2 Euro. Das ist aber zu wenig Geld, was ich zurückbekomme. Das sind 2 Euro. Sie haben mir zu viel Rückgeld rausgegeben. Warum denn? Dankeschön. Hallo. Ich habe gerade den Sinn nicht verstanden, aber okay. Ich möchte nicht mehr recht. Ich möchte nicht mehr zurückkommen. Egal. Müssen wir nicht weiter darüber reden, ne? Stopp. Einmal hochpumpen bitte. Ach da geht das Abneilen glaube ich nicht. Ne Also, was er noch so? Guten Tag. Guten Tag. Oh, hier sind wir schon. Jetzt sind wir gleich da. Ohne Ruckler, also ohne Nachladefehler oder so, das wundert mich gerade so ein bisschen. Das Omse, Omse will mich ärgern. Hallo, ich hätte gerne eine Kurzstrecke. Du hättest gerne eine Kurzstrecke. 1,50. 50, 2, oh. Ja, bitte. Dass das mal auch anklappt, ne. Ich drücke immer die Türfreigabe. Ich weiß, macht man eigentlich nicht, aber ich habe keine Haltestellenbremse. Das ist blöd. Aber da ist das nicht der Türstehbe. Das ist doch ein Dauerplatz. Bahnhof so leh'n? Achso, ne? Hier sind sie doch schon. Will hier keiner mit, Mann. Gehen wir mal arm heute aus. Haben wir hier Verfrühung? Ja gut. Will hier keiner mit. Kommt gleich weiter. Nächste Haltestelle Solingen ZOB. Übergang zu weiteren Buslinien und zu den Metrobussen sowie zu den Fernbussen und ZOB. Ey, was sieht's los? Dieser Bus endet hier mit dem Alarm ansteigen. Stimmt, Solingen ZOB fahren wir hier. Ich war gerade irgendwie woanders. Keine Ahnung, wo ich war. Wo sollen wir denn hier rein? Achso, rechts. Oh, green. Greener wird's nicht. Dann sind wir jetzt auch schon wieder am Ende angekommen. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen, obwohl es nicht so lange war. Ja, ja. So, wir müssen noch zur Pause fahren. Ach, diese Scheißhunde. Ich hasse sie einfach. Ich hasse sie einfach. Ja. So, dann soll's erstmal damit, oder soll's damit gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch mal wieder Spaß gebracht. Gebracht. Spaß gemacht, mit mir zu fahren. Ähm, ja. Tja. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Schönes Wochenende. Bis dahin. Euer Serotavitsprayer. Folgt mir auf Instagram. Hier eingeblendet. Schönen Abend. Schöne Nacht. Bis dahin. Tschö, tschö. Mhm. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Tschö, tschö.